Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student. Hier im Kurs A1 in Kapitel 2 lernen wir nun ein paar Richtungsadverbien. Links, rechts, geradeaus, vorwärts, rückwärts, statt auswärts, statt einwärts. Wie fährt denn die neue Straßenbahn? Die neue Straßenbahn fährt nicht geradeaus. Sie biegt auch nicht nach rechts ab. Sie biegt nach links ab und fährt statt auswärts. Die Gegenbahn steht noch und wird geradeaus fahren. Danke und Tschüss, bis zur nächsten Folie.